Heute im Video eine kleine Ankündigung und Mark-Mürra-Whiskey. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Mark Talkmaltz. Wie bei den Whiskey Fun Facts heute nur mit mir, Malte und leider ohne Mark. Das hat ein paar verschiedene Gründe. Zum einen haben wir keine Videos mehr vorgedreht, die vor der Corona-Krise halt entstanden sind. Das habt ihr bei Video 101 von Mittwoch vielleicht gemerkt. Da war die Laune ziemlich gut. Da saßen wir beim Mark zusammen und konnten Whiskey probieren. Das ist halt jetzt aktuell nicht möglich. Noch dazu war Mark jetzt die letzten Wochen gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, hat sich dann dazu entschlossen, keinen Whiskey zu trinken, was natürlich auch völlig korrekt ist und ich auch gut finde. Wir sind jetzt am überlegen, wie wir es machen. Wahrscheinlich irgendwie online, dass wir die Videos drehen und schneiden. Aber heute müsst ihr halt mit mir einmal alleine Vorlieb nehmen. Aber ich habe auch einfach ein Thema ausgesucht, was eher eh mich betrifft und weniger Mark betrifft. Und insofern hoffe ich, dass das dann auch passt, dass hier Video Nummer 102, wenn ich mich nicht irre, nur mit mir stattfindet. Fangen wir mit den Neuigkeiten an, damit ihr das auch einordnen könnt, was heute in dem Video auch passiert, beziehungsweise was auch für den Whiskey ist, den ich heute besprechen will. Der steht hier zu meiner Linken von mir aus gesehen schon. Und zwar bin ich seit, ja, jetzt ein paar Wochen, seit März, Mitte März, Brand Ambassador für das schwedische Whiskey-Unternehmen, die schwedische Brennerei Magmürra, für den Bereich Reserve-Fässer hier im Großraum Hamburg, Norddeutschland, so ein bisschen. Das sind halt diese Fässer, die hier neben mir jetzt abgefüllt in so einer Halb-Liter-Flasche stehen. Und ich soll oder ich werde und habe auch richtig viel Spaß dran, jetzt schon und freue mich total darauf, das auch machen zu können, wenn endlich wieder das normale Leben losgeht. Die Marke Magmürra vertreten, aber da vor allen Dingen halt die 30-Liter-Fässer euch in Tastings präsentieren, hier im Bereich Hamburg. Das wird so meine Hauptaufgabe sein. Und ich dachte, um das einfach mal bekannt zu machen, wäre es doch super, wenn wir auch so ein Fass dann jetzt im Video mal besprechen. Ich habe das über Facebook schon über den Kanal, den ich da habe, Malte Talks Malls bekannt gegeben. Aber ich dachte, es wäre jetzt irgendwie nochmal ganz gut, das auch auf YouTube bekannt zu geben, damit ihr das auch einordnen könnt und auch wisst. Weil sich einige ja vielleicht Gedanken machen, was bedeutet das? Ist jetzt jeder andere Whisky schlecht? Redet er jetzt nur noch über Magmürra? Kommt da jetzt jede Folge irgendwie ein blöder Kommentar oder sonst was? Nein, natürlich nicht. Für den Blog mache ich es auf jeden Fall so, dass ich da keinen Magmürra mehr besprechen werde, einfach weil ich die Trennung gut finde und dafür euch unabhängig bleiben will, auch nach außen vom Anschein her das einfach trennen möchte. Für mich ist das sowieso klar. Das eine ist ein Job, den ich sehr, sehr gerne mache, auf den ich mich freue. Und der Blog ist halt ein Hobby, wo ich aber unabhängig authentisch über Whisky schreiben will. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für YouTube. Das heißt, ich denke nicht, dass wir jetzt viel Magmürra auf YouTube bringen werden. Haben wir ja vorher auch nicht gemacht. Ich werde da mit Marc auch nochmal drüber sprechen. Aber da habt ihr ja schon mal die Sicherheit, dass Marc sozusagen da nicht involviert ist und die unabhängige Meinung sowieso darstellen würde. Ansonsten heißt das natürlich nicht. Das ist auch totaler Quatsch, das überhaupt zu denken, dass ich jetzt andere Whiskys irgendwie schlecht rede oder Magmürra jetzt über den grünen Klee loben werde, weil ich für die als Brand Ambassador tätig bin und sein werde. Da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Wir werden an den Formaten nichts ändern. Das läuft alles seinen gewohnten Gang. Nur, dass wenn ihr wisst, dass ihr ein Tasting machen wollt oder so hier oben, dann wisst ihr jetzt auch, dass ihr für Magmürra mich ansprechen könnt. So, soviel zur kleinen Ankündigung. Jetzt Whisky-Verkostung. Das ist doch das, wofür alle da sind. Also, ich habe hier so ein wunderschönes Reserve-Cask abgefüllt. Das habe ich heute abgeholt auf Gut Bastors. Das ist in Deutschland der Sitz von Magmürra Deutschland halt. Wobei dieses Fass in Schweden gelagert wurde und zwar in dem Lagerhaus in der Mine. Vielleicht ein, zwei Worte zu den Fässern. Also, die Reserve-Casks sind Fässer, die man als Privatkunde, also ihr auch, kaufen könnt. Ich zeige euch jetzt einfach mal als Einblendung die Website und rede ein bisschen dazu. Und die kann man sich selbst zusammenstellen, so wie man es möchte. Man kann auswählen, ob man elegant oder rülkig als Destillat haben will. Also, rauchig oder nicht rauchig. Man kann sich den Fasstyp auswählen. Jetzt habe ich hier einen Portweinfass ausgesucht. Und sich so seinen eigenen Whisky kreieren und bei Magmürra lagern und abfüllen lassen, wenn man ihn gut findet. Es gibt auch vorgelagerte Fässer. Das ist das, was ich jetzt hier habe. Da lag der Whisky vier Jahre in einem großen Ex-Bourbon-Fass und wurde dann in 30 Liter Fass, in diesem Fall halt Portwein, umgefüllt. Oder man kann auch schon fertig gereifte Fässer sich kaufen und dann hat man den Whisky sofort. Wir rechnen immer damit, dass ungefähr 50 Flaschen aus so einem 30 Liter Fass rauskommen. 50 Halbliter Flaschen in dem Fall. Ja, warum 30 Liter Fässer? Das ist sozusagen die Quintessenz, die DNA von Magmürra, weil die Brennerei 1999 mit einer Brennblase angefangen hat, wo nur 30 Liter rauskamen pro Destillationslauf. Und ja, ihr könnt euch ja mal überlegen, was passiert, wenn man 300 Liter Fass hat zum Beispiel. Da müsste man zehnmal destillieren, bevor man einen Fass voll hat. Und deswegen hat man gesagt, gut, wir nehmen kleine Fässer. Da reift der Whisky auch schneller drin und machen das so zu unserem eigenen Ding. Und das läuft jetzt schon sehr lange sehr erfolgreich. Ich werde jetzt diesen Whisky hier mal aufmachen. Ich habe noch kein Reserve Cask Portwein probiert selber. Das ist also auch eine Premiere, damit ihr vielleicht auch sehen könnt, dass ich das hier wirklich ganz unabhängig trotzdem jetzt verkosten werde. Und sollte er mir nicht schmecken, werde ich auch ganz ehrlich sagen, dass es vielleicht nicht meiner ist. Weiß sind Einzelfässer. Sie sind in Fassstärke. Sie sind nicht gefärbt. Und wie ihr wisst, können solche Einzelfässer halt auch mal so sein, dass man die nicht gut findet. Das ist mir ehrlich gesagt bei den Reserve aber noch nie passiert. So. Was man hier bekommt, ist auf jeden Fall so ein richtig schwerer Metallkorken. Dann eine schöne Flasche. Die habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Ich blende euch auch ein paar Bilder ein. Unten mit diesen Granini-Punkten, wie ich sie immer nenne. Die stehen für die Gründer der Brennerei. Diese kleinen Einkerbungen hier. Sieht man es ganz gut in der Lichtspiegelung vom Monitor auch. Und alle Infos, die man über das Fass braucht, gibt es dann auf so einer kleinen Umhängekarte hier. Gerade die Nachbarin oben vorbeigelaufen, die wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht scharf gestellt ist. Also die Umhängekarte, nicht die Nachbarin. So, ich lese das einmal hier vor. Also wir haben vorgelagertes Portweinfass. Und in das Portweinfass kam dieser Whisky am 12. Juli 2018. Abgefüllt wurde es am 2.12.2019. Also so grob anderthalb Jahre Portfinish. Halb Liter. 48 Flaschen kamen raus. 52,2% Alkohol in einem 30 Liter Fass. Und die Fassnummer war 36698. Das wird euch nicht helfen, weil diesen Whisky wird man so selbstverständlich dann nicht zu kaufen kriegen. Aber ihr könntet euch jetzt hier, also wenn ihr elegant nehmt und dann Portweinfass vorgelagert, dann könntet ihr euch einen ähnlichen Whisky selber kreieren, falls ihr es wollen würdet. So, jetzt entstehen die Awkward Silences, weil ich alleine bin. Aber es tut mir leid, beim Riechen kann ich so schlecht gleichzeitig reden. Das ist halt der Nachteil, wenn man das alleine macht. Und der hier hat als allererstes relativ viel Eiche. Diese McMurranote von Birne zusammen mit würziger Eiche dabei. Sehr angenehm. Ich bin gerade ein bisschen auf der Suche nach dem Port, also nach süßen roten Früchten zum Beispiel. Habe ich jetzt nicht. Natürlich ist es immer ein bisschen ein Nachteil, wenn man eine Flasche direkt aufmacht und dann direkt probiert. Deswegen machen wir es in den Videos ja eigentlich immer anders. Aber ich dachte, heute wäre das mal ganz gut. Ja, der Alkohol ist spürbar, aber nicht unangenehm. Na klar, bei 52,2% hat man da auch ein bisschen was, was in die Nase hoch geht. Ja, ich gebe ihm noch eine Sekunde, stelle in der Zeit die Flasche einfach hier oben wieder hin, dass ihr die so halbwegs sehen könnt. Ja, so langsam kommt so eine Waldbeeren-Note mit raus. Das Holz wird sandelholzig, ein bisschen Sauna. Sehr angenehm insgesamt, wenn man mit dem Alkohol umgehen kann, der durchaus ein bisschen spürbar ist. So, ich werde probieren. Auf euch, Sanja, auf Marc, auf dich. Bleibt gesund, alle. Im Abgang durchaus würzig. Leichte Säure mit dabei. Sehr spannend, weil er vorher süß ist. Ja, eine schöne Süße am Anfang im Geschmack hat. So vanillig. Und jetzt im Abgang, wo er weg ist, kommen ordentlich Beeren dazu. Ich gebe nebenbei mal ein bisschen Wasser rein. Ich bin ja jemand, der gerne Wasser in seine Fassstärken gibt, um das auch auszuprobieren. Der Alkohol ist durchaus spürbar hier. Und deswegen glaube ich, ein bisschen Wasser könnte diesem Whisky durchaus helfen. Eine schöne Farbe hat er so oder so, auf jeden Fall. In den kleinen Fässern, wie gesagt, reift der Whisky wahrscheinlich so zwei bis drei Mal so schnell wie in einem großen Fass. Einfach, weil das Volumen des Fasses ganz anders ist im Vergleich zur Oberfläche des Fasses. Ich habe jetzt dankenswerterweise auch schon so eine Fassdaube bekommen. Also die ist jetzt hier, was haben wir für eine Größe? Also das ist mein Unterarm. Ich bin jetzt nicht der riesigste Typ. Also die ist nicht so groß. Und wenn man sich das vorstellt, dass ein Fass halt so diese Größe hat, dann sieht man schon, dass da ordentlich was an Oberfläche im Kontakt ist mit dem Destillat. So. Jetzt mit Wasser. So ein Waldspaziergang habe ich. Ein paar Früchte sind schon dabei. So Kiefernadel aber auch. Im Mundgefühl wird er viel voller, cremiger. Sehr, sehr angenehm. Gefällt mir richtig gut. Entwickelt so eine Vanille, süßliche Note und dann ich habe heute Morgen habe ich so eine Tiefkühl-Beeren-Mischung gekauft beziehungsweise habe ich gestern gekauft. Heute Morgen haben wir es gegessen. Und das ist es auch so ein bisschen. Da sind die Johannisbeeren drin, Brombeeren, all sowas durcheinander und wenn man das dann püriert, ja, dann hat man so ein bisschen das, was hier mit bei ist. Also man hat die süße, vanillige Note, man hat so eine Fruchtkomponente, die bestimmt aus dem Port kommt und man hat ganz klar auch die die Eiche, die hier mit im Spiel ist und das Ganze gut getragen durch den Alkohol. Ich finde, ein bisschen Wasser kann dieser Whisky durchaus vertragen, aber das ist bei Einzelfässern ja immer so, dass jeder das irgendwie so selbst für sich herausfinden muss oder sogar der Tag darüber entscheidet. Vielleicht würde ich den, wenn ich jetzt vorher ein, zwei Whiskys schon gehabt hätte, das ist jetzt heute mein erster Whisky, dann würde ich das vielleicht schon anders sehen. Ja, diese Holznote finde ich sehr, sehr spannend, auch sehr typisch für Marc Mürer und die bleibt jetzt dominant da und hat so ein leichtes Sauna-Erlebnis für mich, was ich finde das ganz schön für diejenigen unter euch, die holzige Whiskys nicht so mögen, wäre das dann vielleicht nichts. Ich glaube, Marc würde würde den extrem, extrem gut finden, aber das kann er uns heute leider nicht sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn so ein bisschen die Angst meinerseits da ist, dass ihr jetzt denkt, das ist eh alles gekauft, ist es wirklich nicht, versprochen hoch und heilig und es wird auch in Zukunft so sein, dass wir da ganz unabhängig uns die Whiskys angucken werden. Das war es von mir für heute. Ich hoffe, dass wir es bis nächsten Mittwoch, wo ja das nächste reguläre Video eigentlich erscheint, hinbekommen, dass wir Whisky Tasting irgendwie digital machen, Marc und ich. Vielleicht klappt das aber auch erst zum nächsten Freitag, müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Auf jeden Fall kommen Montag und Dienstag die letzten beiden Folgen von den Whisky Fun Facts. Darauf freue ich mich auch sehr auf eure Reaktionen und ja, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!